herzlich willkommen zu einer weiteren folge city skyline ich bin gerade in der vorproduktion denn in den ferien bin ich nicht da und ich hab's zu spät gemerkt nimm wieder zu spät im voraus auf was aber hoffentlich nichts machen dürfte denn ich habe mich jetzt mal vorbereitet und ich müsste es eigentlich wo kommen die her wo kommen die her und ich habe jetzt eigentlich vorbereitet darauf die kommen hierher ok dann abwälte ich mal kurz das ding hier so es müsste eigentlich besser gehen hoffe ich genau ich bin in den ferien ja nicht da und deswegen produziere ich gerade vor und ich hoffe ich schaffe alles was ich vorhatte ich wollte zuallererst also wir haben gerade donnerstag und am sonntag war ich schon ich wollte city skyline vier folgen aufnehmen arg vier folgen aufnehmen bedwars eine folge aufnehmen dann noch ein geheim spiel was bald rauskommen wird aufnehmen im voraus und zwar morgen und da ist mir dann aufgefallen wird es sich ein bisschen zu viel deswegen habe ich mich jetzt beschränkt auf drei folgen also sieht es gar nicht drei folgen arg drei folgen ich hoffe das geht so weit es geht und hier ändere ich jetzt auch für was und zwar dass die hier irgendwie mal gescheiter fahren so denn ich habe auch mal wieder nette kommentare bekommen und zwar ich soll hier am besten mal klar schiff ach hätte ich die steuer nicht so hoch machen soll ach du meine güte geil naja jetzt haben wir zwar viele verlassene häuser verlassen und so weiter da werden auch schon wieder die ersten gebaut da auch wieder wird auch wieder eins gebaut ich hoffe das geht es wieder schnell dass sie leute ich hier wieder einziehen okay ich mache einfach mal hier überall diese hohen kosten nach unten weil ich glaube das bringt nicht so viel so und warum bringt es nicht so viel erstens wegen dem industriegebiet weil die hier nicht so viel ding ins kirchen haben geld andererseits gebäude es gibt es hier überhaupt okay ist gut dass ich das auch mal weiß okay polizei bräuchte es vielleicht auch hier in dem viertel ich muss wirklich dringend mal darauf achten dass ich überall geil das war noch mehr minus ja darauf habe ich nicht geachtet der stau oder produziert 96 da macht ja gar nichts der produziert 96 aber das hier funktioniert ja eigentlich kein stau also dass ich glaube wirklich dieses industriegebiet ist gut überdacht denn hier kommen die müssen Müllwägen raus ist ja alles schön und gut aber hier wollen so viele entlang fahren und hier kommt es auch teilweise wieder zu stau deswegen reise ich das hier kurz mal ab und baue das so hin und somit müsste es eigentlich schon besser gehen hoffentlich wahrscheinlich ja und genau aber ich finde es schon cool gemacht hier wie ich die stadt so ein bisschen äh kulturell also das industriegebiet ein bisschen kulturell geschaffen habe dass hier alles so weitestgehend funktioniert wie es funktionieren soll hin und wieder muss ich doch mal ein bisschen umbauen weil ich habe irgendwie das gefühl dass noch nicht alles perfekt ist sieht man hier wieder an der auffahrt aber so weitestgehend ist eigentlich doch alles schon okay hoffe ich einfach mal so dafür bin ich doch das ist ja eine ampel ist dann nee da ist keine okay so also man sieht gerade hier ist noch ein bisschen stau unterwegs im kreisverkehr was aber überhaupt nichts macht denn deswegen hier die ganzen autos so ab und dann passt es auch wieder und deswegen und deswegen schraube ich das hier mal kurz so runter dass es besser funktioniert exzellent weil ich weiß ich es wollen glaube ich viele genau viele wollen hier entlang fahren warum auch immer ach die wollen dann wieder in das industriegebiet rein deswegen ach da habe ich doch gleich mal eine idee warum müssen die so komisch fahren wenn die auch ganz einfach kann ich auch okay da gibt es keine einfachen warum nein man geht doch so denn das können die leute ganz einfach wenn die hier entlang wollen hier lang fahren dann müssen die nicht mehr in den kreisverkehr und dann einmal da außen rum dann können die einfach ganz gemütlich hier entlang vielleicht funktioniert das ja ich bin mir nicht ganz sicher sichern auch für die sind die kosten auch zu hoch die steuern aber eigentlich ist ja doch schon alles okay im industriegebiet hier gibt es natürlich wieder stau ähm so gleich müsste der stau auch wieder weg gehen genau es ist der stau entflohen alles ist wieder wunderbar ich hoffe dass es so bleibt aber viele müssen es wahrscheinlich da äh abbiegen da habe ich doch mal eine coole idee und zwar die leute die einfach hier entlang müssen können auch hier entlang fahren also die die halt hier drauf müssen und die die hier nicht da drauf müssen können alles muss ich da wieder hoch bauen können ganz einfach da entlang fahren so ist es eigentlich viel besser ok es wollen doch mehr da lang als ich gedacht habe was aber wiederum nichts bedeutet ach jetzt kann ich auch die straße hier wieder upgraden so aber das gräle ich dann mal besser ab mit ein paar kurven so ist doch gleich wieder wie neu ah jetzt gibt es hier wieder stau hm wie soll ich das jetzt nur verbinden wird es ganz ganz schwer die wollen ja hier entlang wie wäre es wenn ich die einfach hier in den kreiswerk heranschmeiß probiere ich einfach mal kurz probiere ich einfach mal kurz vielleicht geht es ja irgendwie ach jetzt kommt das hier wieder vielleicht habe ich ja Glück und das funktioniert irgendwie aber wahrscheinlich habe ich auch noch so viel Glück dass es wie immer nicht funktioniert so und so jetzt fahren hier die ganzen leute unten entlang die ganzen autos und hier müssten die sich gleich wieder richtig einordnen genau das sieht man es auch schon da ordnen sich die fahrzeuge ganz famös ein ach wie wunderschön und die fahren jetzt alle hier entlang in den kreisverkehr ich bin gespannt wann da die ersten raus fahren genau und das hier mache ich auch noch gleich genau das sieht man jetzt da kommen die ganzen autos entlang gefahren ähm gut okay und um den stau zu beseitigen hatte ich noch eine einigermaßen gute idee und zwar baue ich hier einfach mal ich hoffe das geht es irgendwie natürlich nicht äh ich baue hier einfach mal zwei straßen rüber in das industriegebiet und es müsste vielleicht irgendwie funktionieren wenn wenn nicht dieses es bringt sich noch um dieses hässliche ich finde kanäle schon gut und so weiter hier hat man schon gut gemacht aber ich frage mich wer kam auf diese blöde idee wer kam auf diese extrem blöde idee dass man unter den kanälen nicht bauen kann also man kann da schon irgendwie bauen aber um dort zu bauen muss man einen mittelpunkt der erde erstmal äh die straße runter bauen und dann kann man da erst den dank bauen also ich finde der der das entworfen hat der diese idee hatte dem gehört so viel dank zugesprochen das ist einfach nur blöd ähm ok eine verbinde ich hier irgendwie falls das funktioniert genau da muss jetzt hoch äh hier geht's dort lang und hier geht's dann noch unten ach das hat sogar funktioniert ich hätte es nicht gedacht dass es so leicht funktioniert und die würde ich gerne fürbär boah als wenn jetzt einer sagt dass das hier keine gute idee ist dann weiß ich auch nicht mehr weiter so grad ziehe ich mich mal unbemerkt ich meine halt auch kreisverkehre sind schon gut sind schon eine äh gute idee aber ich muss auch sagen kreisverkehre sind nicht nur eine gute idee sie sind nämlich auch zu 100% wenn man die nicht gut pflegt denn ich weiß wie man damit umgeht so wie ich Schrott kann ich wirklich sagen die sind dann einfach zu nichts zu gebrauchen nein 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 ok gut dann passt es eigentlich soweit es geht hier fahren jetzt die ganzen Leute entlang die da halt entl- warum ist da eine Ampel? äh vor allem jetzt die ganzen Leute entlang die da halt entlang wollen das hier finde ich auch wiederum blöd da müsste ich eigentlich auch wieder einen kreisverkehr inbauen weil da habe ich ja einen kreisverkehr an einen kreisverkehr gebaut und hier müsste ich eigentlich einen kreisverkehr an einen kreisverkehr an einen kreisverkehr an einen kreisverkehr an einen kreisverkehr bauen das war alles soweit es geht und funktioniert aber ich hoffe jetzt mal dass hier alles äh mit gut Glück funktioniert es sieht schon mal ein bisschen besser aus hoffe ich hier sieht es auch gut aus die Autobahn hier hier auch kein Stau ist natürlich gerade früh früh ist am Morgen aber ich glaube es müsste eigentlich jetzt einigermaßen okay sein mit dem Stau weil hier sieht man gerade jetzt fahren hier die ganzen Leute entlang die dort in das Industriegebiet wollen das bedeutet die Leute die hier entlang fahren ähm fahren dann natürlich nicht äh den Weg auf der das muss ich die Grundschule umsetzen er fahren dann nicht den Weg auf der auf die Autobahn was steht eigentlich da noch dass die da nicht entlang können na so Ort ist bereits belegt durch was denn ach Polizei jetzt müssen aber wieder funktion-